Unsere Welt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Täglich stellen wir uns diese Herausforderung. Seit über 360 Jahren machen wir es uns zur Aufgabe, ein hervorragendes Bier zu brauchen. Wir konnten bereits bundesweit Preise für unseren Aromahupfen gewinnen. Wir brauen unser Bier nach dem Motto aus der Region für die Region. Mit viel Erfahrung und den besten Rohstoffen. Durch die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren regionalen Lieferanten können wir die bestmöglichste Qualität garantieren. Als Low Brewing Brouerei geben wir unserem Bier die Zeit, die es benötigt, um in Ruhe zu reifen und zu einem ausdrucksstarken Geschmackserlebnis zu werden. Unsere Maschinen sind im Laufe der Zeit moderner geworden, doch das Bauverfahren ist bis heute das gleiche geblieben. Das Zusammenspiel aus naturreinen Rohstoffen, traditionellen Brauverfahren, modernster Technik und höchsten Qualitätsansprüchen erzeugt einen vollkommenen Biergenuss für unsere Biertrinker. Jeder Schritt im Brauprozess hat seine eigenen Herausforderungen. Doch gemeinsam in einem hochqualifizierten Team schaffen wir es täglich, ein hervorragendes Bier zu bauen. Modernste Technologie, traditioneller Geschmack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017